Monsieur Girard, Sie befassen sich intensiv mit der ganzen Bandbreite menschlicher Phänomene. Sowohl mit den individuellen Verhaltensweisen, den kollektiven Mythen, mit der Geschichte und Urgeschichte der Menschheit. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, an die Grenzen des menschlichen Gehirns zu stoßen? Gewalt ist ansteckend wie die Pest. Er hat sich nie so sehr um Fachgrenzen gekümmert, sondern war immer an der Sache und einer Sachfrage interessiert. Die Angst ist eigentlich die Wurzel und ich muss mich schadlos halten, ich strafe, ich vergelte, ich muss da einen Ausgleich haben und bist du nicht willig, brauche ich Gewalt. Ich bin mir sicher, dass das Menschsein nicht mit Schuld verbunden ist und dass die Gnade über allem steht. Meine Intuition steht für mich an oberster Stelle. Es gibt kein System Girard. Ich schöpfe aus einer einzigen Intuition, die aber sehr inhaltsreich ist. Ich bin mir sicher, dass das Mensch sein kann.